A 3.2 geben Sie die maximale Höhe und die Weite des Sprungs an. Runden Sie auf ganze Zentimeter. Also hier maximale Höhe und maximale Weite und ganz wichtig, hier wird es wieder eingegeben, auf wie viel Zentimeter gerundet werden soll. Höhe und Weite können wir zumindest teils aus dem Koordinatensystem rauslesen, beziehungsweise aus dem Scheitelpunkt. Die maximale Höhe ist ja im Prinzip das hier, also haben wir hier die Y-Koordinate des Scheitelpunktes. Die haben wir hier oben schon stehen, haben wir ausgerechnet mit 30,625. Jetzt nur 8 geben wir auf ganze Zentimeterrunden, damit haben wir 31 Zentimeter. Die Weite können wir jetzt aus dem Koordinatensystem rauslesen, falls ihr die Tabelle im Taschenrechner noch aufhabt. Im Prinzip so weit runterfahren, bis hier wieder der Y-Wert bei 0 ist, also ist die Weite 35 Zentimeter. Kann man hier ja auch gut ablesen. Ja, das war es auch schon bei der Aufgabe. Weiter geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020